Am heutigen Samstagmittag kommt es in der 2. Liga zum Duell zwischen Holstein Kiel und dem FC Ingolstadt. Hier erfahrt ihr, wo die Partie im TV, Livestream und Live-Dicker übertragen wird. Ingolstadt konnte in den letzten 5 Spielen nur einen Punkt einfahren. Besonders die Abwehr stellt ein Problem dar, denn der FCI kassiert im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel. Das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem FC Ingolstadt findet am heutigen Samstag, den 3. November, um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Holstein Stadion in Kiel. Holstein Kiel gegen FC Ingolstadt, TV, Livestream und Live-Dickerowski konnte sich die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga sichern. Daher überträgt der Pay-TV-Sender die Partie live und exklusiv. Mit Sky Go steht außerdem ein Livestream zur Verfügung. Wie immer lässt sich das Spiel auch hier bei Spox im Livestream verfolgen. Holstein Kiel gegen FC Ingolstadt, die voraussichtlichen Aufstellungen Die endgültigen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Störche und die Schanzer auflaufen. Holstein Kiel, Kronholm, Vandenberg, Schmidt, Pfahl, Dehm, Mühling, Kinsombi, Kareza, Okugawa, Lee, Schindler FC Ingolstadt, Herrwagen, Neumann, M. Mathe, Gimba, Ananu, Krause, Paolo, Otavio, Röcher, Kersch, Baumer, Kutschke, Osawie die Tabelle der 2. Bundesliga vor dem 12. Spieltag Kiel konnte sich erst am Mittwoch gegen Bundesligisten SC Freiburg im DFB-Pokal durchsetzen. In der 2. Bundesliga rangieren die Kieler im Mittelfeld der Tabelle. Ingolstadt ist nach sieben Niederlagen, drei unentschieden und nur einem Sieg der Schlusslicht. Platzteam Spiele Tore Differenzpunkte 1.1 FC Köln 1.124 zu 168.212, Hamburger SV 1.1.13 112.213.1 FC Union Berlin 1.114 zu 77.194 SPVGG Reuterfeld 1.116 zu 124.195 FC St. Pauli 1.116 zu 160.196 SC Paderborn 07.1.1 2.2 184.177 VfL Bochum 1.119 zu 136.168 1. FC Heidenheim 1.118 zu 135.169 SSV Jan Regensburg 1.120 zu 1.731.610 Holstein Kiel 1.116 zu 1.511.611 SG Dynamo Dresden 1.113 zu 1.121.512 SV Darmstadt 1.941 zu 1.991 zu 114.114 zu 161.1 und 204.13 FC Erzgebirge Aue 1.112 zu 141.1 und 204.144 Arminia Bielefeld 1.114 zu 181.1 und 40.215 Magdeburg 1.113 zu 185.916 SV Sandhausen 1.112 zu 175.917 MS SV Duisburg 1110 zu 2010 1618 der FC Ingolstadt 1110 zu 24 minus 146.